und willkommen zurück zu let's play megaman wir machen jetzt hier weiter mama mia shop war ich immer wieder herrten faktor aber das ist egal ich will was wissen ist das vielleicht waffenenergie cool wie die waffenenergie aussieht aber so eine kleine waffenenergie nur schade euch mach ich kaputt mann springen megaman reichert okay wenn ich das so mache und so gut hat dann hat einer misst liebe energie dafür brauchen wir wahrscheinlich kommen ist ein stärkerer blaster verteilt ich müsste dann hier noch mal zurück ja lebende energie nehme ich gerne mit ordentlich bleibt also wenn ich glaube da könnte der element schwäche sein cut man war weg da ich glaube ich stelle mich gar nicht mal so schlecht an wagte er und fiel runter wow und da käme ich gar nicht weg hahaha bin ich jetzt bitte da oh nö nicht schon wieder sowas oh ich krieg bei sowas immer herzinfarkt bitte lad mich jetzt endlich nur elecman ankommen und er ist tot na super schneller megaman hö 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 habt ihr euch so gedacht heute nicht oh die Leute auch schon klettern schneller also bisschen lebende energie hätte ich schon gerne nö blöd man blöd man blöd man blöd man der hat gescheatet definitiv ich habe mich jetzt einfach nur auf mich da hinstellen und auf den drauffeuer ob das vollkommen reicht ich hoffe ich hoffe so und megaman klettert alleine rum ja katman ist eine schwäche muhaha ich habe ihn besiegt ja ja ha ist ja schön aber ich bin wirklich eh nicht lange behalten du hast nicht um fireman dran fireman clear points sechs sechs tausend und ich denke sieht irgendwie böse aus ich denke sieht irgendwie böse aus aber ich habe hier so ein ganz böses gefühl ganz böses gefühl ah ok es geht aber aber nein ich hole mir das heilteil nicht ich bin ja eher tot als wenn ich mir das hole und ich stehe nicht darauf zu sterben aber ich denke ziemlich lang kann es sein oder meine ich das einfach nur weil ich mich scheiße anstelle ja das war ja sehr nett wieder mal verarschen oh die energie nehme ich mir gern mit he he dort te wow wow fuuu also feuer ist lava ist definitiv böse ok boah boah oh und das sieht auch nicht nett aus um ehrlich zu sein ja mit euch wünschen machen wer zu schnell kommt schaden nehmen und und geht ja geil los da ja ah becky ja würde am liebsten jetzt leben farm also energie farm ich glaube das mag ich jetzt auch ein bisschen lebensenergie hätte ich schon gerne weil ich glaube das ist fair weil ich habe noch ein leben und mit einem leben glaube ich kann ich nicht viel ausrichten naja oder gucken ob elektro seine schwäche ist dann können könnte ich eine chance haben feuer ist nicht eine schwäche also kann ich hier mit dem buster versuchen ja anrichtig selbst ist nicht schwer ich muss nur gucken dass ich nicht sterbe blödmann tschüss tschüss man ey aber ich habe immerhin geschafft ja und jetzt einfach mal ein bisschen schaden nehmen ach brauche ich nicht sagte er und stirbt gleich ich glaube wenn ich erst eismenst glaube ich deine schwäche würde zumindest Sinn machen natürlich nehme ich wieder massig schaden da das spiel mich ja so gern hat naja immerhin ein bisschen lebensenergie aber die stage geht eigentlich komm danke hallo du dummes scheiß lavateil das war nicht nett ja ja jetzt sterb jetzt sterbe ich jämmerlich ernsthaft ey ich will lebensenergie ein bisschen an damit ich mir zum boss komme ich wäre eh gestorben von daher scheiß drauf bin ich nicht nett das ist unfair die mobben mich mobbing ist verboten ey du scheiß lavasäule du scheiß lavasäule ich mag dich nicht hallo ey ja keine ahnung wie ich das jetzt überleben soll zwei schaden nimmt man hier definitiv ich will durch das springen hier hätten wir ruhig noch ein bisschen leben verstecken können ich mag dich selbst nicht scheiß feuer soll du bist an meinem schuld so so wow und hier kommt die beschissene stelle überhaupt gibt irgendwo mal eine kleine pause wie soll man das bitteschön schaffen ernsthaft jetzt ey du dummes teil 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 komm ich will vorsichtig sein ich will die stelle nicht noch mal machen müssen um ehrlich zu sein wow wow wo kommt ihr da kommt ihr ach könnt ihr knicken komm 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 jetzt treff ich hab noch nicht die richtige attraktwaffe für den attraktwaffe für den ne ne steh ich nicht ein wir leben haben also energie weil sonst ist das unfair ja super also die setze ist nicht schwer aber sie ist unfair sie ist böse und ich hab keinen bock zu sterben nicht gegen fireman nicht gegen fireman und dann muss ich doch erst vielleicht Iceman machen yeah feuer feuer ne ne also mit dem basta hat man gute chancen aber man muss schon vorher gehen ich werde wohl doch erst Iceman das nächste mal machen ihr könnt euch schon mal ein bisschen hier umschauen ja weil sonst habe ich gegen fireman keine chance ja ich mache erst Iceman mohaha mal gucken ob ich gegen Iceman bessere chancen habe ein pinguin und ich könnte mir vorstellen dass gegen Iceman die schwäche Elektromän ist ich hoffe zumindest bitte lass es so sein fliegende pinguine sind böse ja aber ich würde auch behaupten das war es jetzt gleich auch mal für diesen Part aus dem ich mir die Energie eingesammelt habe so das war für heute Megaman wir sehen uns dann im nächsten Part wieder dann bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss